Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Magic of Khymenas zusammen mit Egilz. Hallo. Und in dieser Folge werden wir mal die weiteren Missionen angucken, wie wir es am Sonntag angekündigt haben. Genau. Dann, äh, haben wir Level, ja, ne? Ja, ach, hier ist jetzt schon Mission 4 freigeschaltet, okay. Ja. Dann, äh, warte, ich lese mal den Text hier vor. Ja. Sehr gut, du hast schon die Burg wieder aufgebaut, doch nun musst du etwas Skill beweisen. Mission, Ziel schießen, alle Items in deinem Inventar werden gelöscht. Oh. Und sollten wir vielleicht... Dann müssen wir erstmal was wegpacken. Ich hab ja noch zwei Kisten. Ich pack dir jetzt einfach hier rein. So, gab's jetzt eigentlich hier, äh, irgendeine Belohnung für die... Ah ja, ich hab ein Grundgestein gekriegt hier. Ja, perfekt, dann können wir den auch direkt schon mal platzieren, ne? Okay, das war bei der letzten Mission dann noch. Und zwar hier rein, genau. Ah, hier genau, ganz nach unten. Ah, okay, so. Ja. Gut, dann, äh, wird das also auch nach und nach. Mal gucken, hier haben wir auch noch Steine drin, die hatte ich mal geschmolzen. Äh, bis, hast, äh, alle deine Items in mein Inventar weg. Ne, noch nicht, ich hab hier eine Kiste, ach so, das ist die von dir. Ähm, ich mach mal meine eigene, oder? Ja, dann warte ich noch auf dich. Dann muss ich mal kurz gucken, ich brauche nur Workbench. Muss mir doch nach oben. Kann jetzt was sein, dass ich gefehlt hab. Und, äh, da müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich hab ich gefehlt und wir können nicht zielschieben, weil wir keinen Bogen haben. Ach so. Hm. Ähm, ich weiß nicht mehr, kann ich mich mal so erinnern. Okay. Ist schon etwas, was ich gemacht hab. Okay. Bist du bereit? Ähm, ja, fast, warte. Jetzt hab ich noch Holz und ne, ach, das tue ich hier rein. So, dann können wir jetzt starten. Ah ne, meine Rüstung muss ich noch ausziehen, gell? Ne, ne, ne. Passt, die passt. Okay, gut. Platz drin. Okay. Dann drück ich jetzt. Ja. Ah doch, wir kriegen einen Bogen. Perfekt. So, Reset Map und zurück. Ähm, gibt es für wahre Profis und nochmal oben eine Etage. Okay. Äh, leichte Etage. Es ist einfach nur, äh, damit wir ein bisschen Bogen schießen, äh, üben. Können wir theoretisch jetzt mal machen. Willst du von links nach rechts und ich von rechts nach links? So, jetzt hab ich ein gutes Thumbler erstmal gemacht. Aha. Und, ähm, ja. Jetzt treff ich noch gar nicht. Also einfach nur die Armourstance. Ja, ich treff aber auch nicht. Also man merkt auf jeden Fall, ich hab, äh, definitiv, äh, Trefferquote hoch 1000. Ah, mein erster Hammer. Ich hab noch gar keinen getroffen. Oh, ich hab keinen Pfeil mehr. Ach, ich bin ja genius. Ja, okay. Hm. Ja, äh, kann man sich jetzt ja auch neue Pfeile holen? Nee. Also man kann dann nur Resetten und dann kriegt man aber auch wieder drei, äh, zehn Pfeile, oder? Ich kann ja mal klicken. Nee, krieg ich nicht. Hm. Ja, ist alles. Keine Ahnung. Ja, schade. Kann er noch mal probieren? Vielleicht geht's ja von hier unten. Nee, leider nicht. Ich hab gar keinen einzigen getroffen. Okay. Ja. Soll wir zurück dann? Ja. Ah, lol. Hab den Bogen behalten. Ja, ich auch. Okay. Ja, müssen wir noch mal neu machen, oder? Ja, wenn wir noch mal üben wollen, können wir das gerne machen. Okay. Wir können noch jetzt kurz in... Ja, okay. Gut, machen wir das. Ja. So. Ist egal, ist egal. Haben wir Zeit. Ah, guck mal, da unten sind noch die Pfeile von vorhin. Ja, die bleiben stecken. Okay, na, nur wenn man so zurücksetzt, nicht, ne? Ja, doch auch. Also, wen das stört, der... Ich treffe gerade auch, aber keinen. Warte, ich probier's mal von ganz oben. Ach, das geht nicht. Das sind Barriereblöcke. Okay. Ja, damit man nicht aus der Welt rauskommt. Hm. Also, es ist sehr theoretisch, nachdem ich dann gucken auf den Dach in die andere Richtung gehen und... Ja, aber jetzt hätte ich eigentlich treffen müssen. Ich hab's genau gesehen. Ah, schon wie der... Ich glaub, die kann man gar nicht treffen. Ich hab auch bei dir vorhin nicht gesehen, dass einer geploppt ist, oder hast du das gesehen? Doch, also ich hab, als ich die mehr probate hab, hab ich, creative-modus allerdings, hab ich geschossen und hab ich halt alle getroffen. Hm. Also, es sagt... Komisch, dass es nicht geht. Wollen wir mal zurück? Ja. Okay, das ist eine bestimmte Idee, wir kriegen da kein Leben abgezogen. Nein, es ist ja... Okay, wollen wir ein bisschen viermal reingucken? Ja. Da überspringen wir die dritte jetzt einfach, oder? Ja, es ist ja jetzt eher keine Mission ist, also kriegt man nichts mehr. Also, es ist nur so Testzahlen. Ach so, okay. Ja, dann liest du vor. Okay, jetzt hast du vielleicht sogar etwas, das Schießen geübt... äh, nee. Keine Ahnung, schreib wieder. Äh, ist es nun an der Zeit, äh, gegen deine Feinde anzutreten? Bitte beachte, dass es kein Zurück mehr gibt. Rüste dich aus, um diese Mission zu bestehen. Mission bestehe in fünf Runden wie in den Monster. Alles klar, es gibt kein Zurück, ähm, weshalb, äh, da es auch eine etwas längere Mission wird, äh, muss ich euch jetzt leider täuschen, äh, aber ich würde echt vorschlagen, dass wir das dann tatsächlich nächste Folge auch machen. Ja. Ja. Ja, das dauert, ich glaube, das kann schon echt, äh, 30 Minuten gehen. Oh. Deswegen wird das vielleicht zur XXL-Folge tatsächlich... Na, aber ich würde nicht sagen, dass wir das in einer Folge machen, weil ich kann die dann auch nicht hochladen, wenn die so lange ist. Ja, genau, genau, dass wir das vielleicht, ja, tatsächlich in, äh, teilen, äh, drei Teile, teilen oder so. Ja, würde ich auch sagen. Ja, genau, machen wir uns in so. Ja. Ah, es leckt, weil ich mir die, wie die leuchtet, weiß nicht, was los ist. Aber die Schweinefalle funktioniert, hier ist sogar im Schwein schon hochgekommen. Okay. Naja, vielleicht kann ich ja das mal abschießen. So, warum geht das bei mir so? Hm, bei mir geht es eigentlich, also... Ich denke mal... Warte mal, so. Ne, also bei mir leckt es nicht. Das liegt bei mir wie die Hölle, ey. Das ist krass. Naja, egal. Ja, geht jetzt wieder besser. Da habe ich eine Axt, ja hier, da kann ich die Kiste einfach abbauen. Ach, ne, geht nicht, scheiße. Muss ich mir alles einzeln rausnehmen. Oh, danke. Oh, ich glaube, du hast ein bisschen was aufgenommen, weil da war, oder? Ne, kann sein, dass ich nicht auch... Ja, vielleicht sonst Don't Slip, oder so. Hm, nichts wichtiges, glaube. Ich tue mal wieder hier eine wirkliche Kiste. Okay, beenden wir da jetzt schon die Folge. Ja, ähm... Ja, was soll man denn noch anders tun, tatsächlich? Hm. Könnten nur noch farmen, oder so. Ich habe ja auch noch mal die Mission, das Buch noch mal neu gekriegt. So. Ja. Kann ich ja immer geben. So. Okay, ähm... Ja, wir haben auch schon ziemlich viele Steine, tatsächlich. Ja, können wir mit dem Gras noch ein paar Level farmen, wenn wir die möglich sind, aber erst, wenn wir ein paar Diaz haben. Hm. Na, als letztes nicht gut, direkt. Ja, okay, äh, dann würde ich sagen, was ist jetzt mit dieser Erkundungsfolge, sag ich mal. Ja, und, äh, wahrscheinlich nächste Folge geht's dann los, äh, mit der vierten Mission. Ja, bin ja schon mal gespannt, was da so alles kommt. Ja, bis dahin werden wir uns, äh, die Errüstung auf jeden Fall farmen. Und für Gold-Empfe haben wir. Ja, und, äh, dann werden wir uns in der nächsten Folge sehen, wenn wir okay sind. Aha. Und indem wir uns noch keine Chance gegen uns haben. Okay. Dann tschüss. Ciao.